Moin Moin Merkwürdiger Anfang Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne Mir war gerade danach Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes Blood & Wine Und ich habe gerade mega Bock hier eine Kerze anzumachen Für Geralt Deswegen, hört ihr die Streichhölzer? Ihr hört sie Verwendet Streichhölzer, umweltschonender als Feuerzeuge glaube ich Und in irgendeiner Sprache, ich weiß leider nicht in welcher Sprache Aber in irgendeiner Sprache heißen Streichhölzer Luzifers Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht ob es auch wirklich genauso ausgesprochen wird Luzifers, vielleicht ein bisschen anders Je nach Sprache klingt es halt ein bisschen anders Aber ich steht hier auf den Streichhölzer drauf Luzifers und das ist der Name Für Streichholz in einer anderen Sprache Wie geil ist das denn? Die haben einfach mal die Streichhölzer benannt Nach dem Teufel, also ich gehe mal davon aus Dass es darauf zurückzuführen ist, weil der Name Des Engels der zum Teufel wurde Der gefallene Engel war ja Luzifer Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich das damit meinen Und ich möchte ab sofort, dass ihr nur noch Streichhölzer Luzifers nennt Und nicht mehr Streichhölzer Luzifers, sehr geil Ich stelle jetzt als eine und mache eine Katze an Könnt ihr bestimmt hören, wenn ihr leise seid Das wäre dann nicht Oh Gott, es brennt alles, Hilfe Geht weiter Ich bin sehr gespannt, wie es weiter geht Wir reden mal mit Regis Köder ausgelegt Und jetzt? Ich gehe in den Käfig Du musst mich anketten Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern Mich in Nebel zu verwandeln Ich dachte, das würdest du auch nicht wollen Ich werde große Schmerzen haben Und nichts wollen, als dass sie aufhören Ich weiß nicht, was ich tun werde Da geht doch bestimmt irgendwas schief Beeilung Die Biester haben die Fährte gefunden Außerdem ist mir schwindelig Liegt das am Blut? Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat Weiß nicht, was Durst eigentlich ist Vielleicht brauchen wir eine Parole Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie Bitte, Gerard, das kannst du nicht Wir müssen da jetzt durch Und Und? Ja, genau das war der Plan. Sehr geil. Au, 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 au. Alter, die drehen aber ganz schön durch, die Kollegen hier. Alter, wie viele das sind. Sehr gut. Nice. Alles klar soweit? Nicht gerade besser, aber... Ich schaffe es. Gut, da kommt nämlich noch mehr. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Das scheint echt nicht so leicht zu werden, wie mir scheint. Das sind echt verdammt viele Gegner. Und unsere Tränke sind... Tränke. Unsere Tränke... Tränke, wie auch immer, sind jetzt schon sehr, sehr knapp. Ich muss wieder so'n scheiß... Platzer oder Motorhaut zum... explodieren bekommen. Das ist nämlich deutlich einfacher. Was? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Hatte ich nicht noch einen Adrenalinpunkt? Hä? Das war jetzt ein sehr merkwürdiger und irgendwie auch unspektakulärer Tod. Hä? Ich hatte aber in einem Moment noch halbe Energie, im nächsten Mal stört und... Ich verstehe gerade nicht, warum ich nicht geheilt wurde. Darum muss man sich da verlassen können. Also ich gehe jetzt... Hä? Hatte ich keinen Adrenalinpunkt mehr? Es ist auch niemand direkt gestorben. Ich habe nicht gemerkt, dass in dem Kampf irgendjemand mit einem Schwarzstreich direkt gestorben wäre. Obwohl ich immer versuche, mit maximalen Adrenalinpunkten zu spielen, um diese direkt Töten-Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Hm, da starten wir also hier. Gut, haben mich alles ausgewählt? Ich überlege gerade, wie soll ich noch mit Bomben arbeiten? Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Jetzt haben wir da bessere Karteche und überlegener Tanzen der Sternen, okay? Dann würde ich sagen, nehmen wir erst mal das und dann nehmen wir das rein. So. Köder ausgelegt. Und jetzt? Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon. Du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was? Wenn ich es sage? Ich weiß nicht. Ich beruhige dich irgendwie. Bitte, Vera. Was kannst du nicht? Wir müssen da jetzt vor. Hä? Müssen wir da nicht mehr platzen, der Platzer? Oder klappt das nicht, während er brennt? Krass. Es klappt nicht, während er brennt. Gut zu wissen. Regis hat das Blut geworfen. Boah, ich muss echt aufpassen. Boah, es reicht immer noch nicht. Platz einfach. Oh, wenn da einer davon platzen würde. Scheiße. Scheiße. Diesmal habe ich aber gesehen, dass mein Adrenalin wirklich weiter unten war. Ich muss ja da meinen Pullover ausziehen. Mir wird gerade zu warm hier. Es ist ein interessanter Kampf. Okay, das wird schwierig. Aber ich war jetzt im zweiten anscheinend war schlechter, weil ich mich zu sehr darauf konzentriert habe, zu versuchen, diese Bomben einzusetzen. Aber die sind einfach zu schnell, die Gegner. Und die sind so nah dran an mir. Deswegen ist es wahrscheinlich eher schwierig, da die Bomben gut zu platzieren. Ich glaube, als wir beim ersten Mal gestorben waren, ist der Blutdurst von Regis eigentlich mal zur Hälfte voll gewesen. Fuck. Ich werde es aber jetzt trotz dem so auswählen. Ich meine, ich muss die ja nicht nutzen, wenn ich keinen Bock drauf habe. Diesmal speichere ich noch. Och. Ich speichere und verschwende. Naja, ist egal. Deswegen lade ich jetzt nicht mehr. Wir werden eh noch mal sterben. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon. Du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht. Ich beruhige dich irgendwie. Bitte, Gerard, das kannst du nicht. Wir müssen da jetzt wohl. Achso, ich könnte natürlich mit Gwen noch arbeiten. Fällt mir gerade ein. Ich kämpfe gerade wieder zu. Wie sagt man? Zu offensiv. Ich überlege gerade, will ich Gwen einsetzen? Hat halt den Nachteil, dass ich mir dann Adrenalin-Punkt verbrauche. Ich glaube, es wäre ganz gut mit Gwen zu kämpfen. Außerdem, ich finde halt, Gwen immer so ein bisschen, ah, das macht es halt immer so relativ einfach, weil, ich meine, im Endeffekt, man hält ja auch nur einen Schlag davon, aber es ist noch nicht so, dass man jetzt hier 30 Sekunden lang und sterblich ist, aber, ihr wisst, was ich meine, es fühlt sich immer ein bisschen merkwürdig an. Oh, meine Fackel ist aus. Nice. Ja, herzlichen Glückwunsch. Held, auch so, er hat die Idee. Nein, egal. Komm, wir regen uns hier auf. Ja, komm, wir arbeiten mit Gwen, was soll ich das machen? Köder ausgelegt. Und jetzt? Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Bitte, Gerard, das kannst du nicht mehr. Wir müssen da jetzt durch. Aha, Regis hat das Blut gerochen. Oh, weg, weg, weg. Hat den Flatterer nicht? Ja, sehr gut. Schau. Gut, da kommt nämlich noch mehr. Okay, Regis ist ja schon komplett voll mit Blutdurst. Okay. Nice. Halt durch, ich lasse dich raus. Ich lasse dich raus. Du musst noch ein bisschen durchhalten. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch dir die Zeit. Ich bring dich hier raus. Absurd. Der Absurd. Der Absurd. Krass. 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 Ich hätte gedacht, dass irgendwas schief geht oder so. Mit Gwen war es dann wieder super simpel, aber ich glaube, ich habe mich auch einfach in dem letzten Kampf mit Gwen besser angestellt. Nicht nur wegen Gwen, sondern ich hatte ein bisschen Glück auf jeden Fall, aber ich habe mich auch besser angestellt. Also, wäre wahrscheinlich auch ohne Gwen easy machbar gewesen, wenn ich genau das gleiche Glück gehabt hätte, wie jetzt im letzten Kampf. Aber egal. wird es besser? Nicht gerade prickelnd. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe, aber etwas besser, Young. Danke. Das habe ich nicht erwartet. Du hast es mir nicht gesagt. Wir müssen nicht darüber reden. Ich will aber. Hätte ich geahnt, dass du dich einer Folter unterwirfst, dann hättest du was getan. Detlef auf andere Art gefunden. Ich wollte nicht, dass du ihn auf andere Art findest. Hast du daran gedacht? Nein, weil ich nicht geglaubt hätte, dass sich irgendein Wesen freiwillig solchen Schmerzen unterwerfen würde. Da seid ihr Vampire doch auch nicht anders als wir. Ich sagte dir doch, dass das meine Art war, meine riesige Schuld gegenüber Detlef zu begleichen. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich nicht zögern. Der Resonanz-Absud ist fertig. Bist du sicher, dass du das Rezept befolgt hast? Genaue Maße, präzise Kochzeiten? Es ist wichtig, Geralt, die geringste Abweichung kann sogar einen Hexer fertig machen. Entspann dich. Ich habe etwas Erfahrung im Tränkebraun. Also gut, dann fangen wir an. und dann fangen wir an. Und dann fangen wir an. Entschuldigung. Es dauert nur einen Moment. Du hast dich vorgedrängelt, Herr. Aber werter Graf, versteh doch, ich habe eine Sitzung. Immer... Herr, du warst der Nächste. Bitte, nimm Platz. Dieser Herr war zuerst hier. Zurück, sonst bereust du es. Ach, ich wusste nicht, dass er dein Freund ist, Graf. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll sich wegscheren. Ha, ha, ha. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Dem haben wir es gezeigt. Nicht wahr, Dad Love? Aber Mutter bestand darauf, dass wir die Mühle kaufen. Komisch, oder? Na, immerhin habe ich Freunden und Mitarbeitern was zu erzählen. Vergib mir. Was? Was? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sein Tod war keine Bagatelle. Offenbar waren Detlef und er Freunde. Und trotzdem hat Detlef ihn umgebracht und seine Leiche zerteilt. Und dann war er ganz verzweifelt und schuldzerfressen. Er hat sich die Hand abgehackt, mit der er ihn umbrachte. Hm, interessant. Sieht dem Detlef, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Was hast du noch gesehen? Ich sah, wie Delacroix etwas Freundliches für Detlef tat. Das wird wohl der Beginn ihrer Freundschaft gewesen sein. Aber sicher bist du nicht. Es war nichts Besonderes. Eine ganz alltägliche Situation. Diese Visionen sollten doch an starke Gefühle geknüpft sein. Die Situation hat offenbar starke Emotionen in Detlef hervorgerufen. Bedenke, dass er Delacroix später getötet hat. Jemanden zu töten, an dem einem liegt, das ruft starke Emotionen hervor. Darin unterscheiden Vampire sich nicht von Menschen. Hast du sonst noch was gesehen? Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzer stand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Hm, das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es den jetzt ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem. Ruhe dich aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. Okay, also... Ja, heute dann unspektakulärer die Vision. Also das Insgesamte, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es geht hier ein bisschen heißer zur Sache, aber ich kriege es auch so gerne mit. War trotzdem interessant zu sehen und wirft natürlich noch mehr Fragen auf. Da fällt mir gerade ein, wir haben das Silberschwert nicht gefunden aus dem Set. Sehr, sehr schade. Aber vielleicht ist es auch so geplant, dass es nicht so einfach wird, dieses Set da vollzubekommen. Meine letzten Gedanken, bevor der Schlaf mich umfängt. Meine letzten Gedanken, bevor der Schlaf mich umfängt. Wenn es keinen Tod gibt, gibt es dann ein Leben. Hass ist ein sehr interessantes Gefühl. Mir ist aufgefallen, dass die Leute es darin oft zur großen Meisterschaft bringen. Manchmal würde ich gerne aufhören zu denken. Wenn wir uns einen Gott schaffen würden, wie es die Menschen getan haben, wie wäre er? Schlechte Taten werden oft mit guten Absichten gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob es eine größere Idiotie geben kann. Ich möchte das frisch gepresste Blut eines Säuglings trinken. Ich weiß, das geht nicht, doch ich träume von dem samtigen Geschmack, der mich vielleicht einschlafen lassen könnte. Ich bemühe mich, wie ein Mensch zu leben und das bedeutet, dass ich mich wieder unter Menschen nach unter meinesgleichen wohl fühle. Vielleicht habe ich einen großen Fehler gemacht. Was ich schon immer schreiben wollte, ich bin einfach nur müde und die Welt kann mich mal. Die Menschen denken nicht an die Gegenwart, sie schwelgen entweder in vergangenen Zeiten oder sorgen sich um die Zukunft. Ich habe so ein Gefühl, als würde mein Freund Detlef sterben. Ich bin traurig. Sieht mir davon aus, diese Worte wurden von Regis geschrieben. Ja, dann nehmen wir das noch. Rezept für Regenerationstrank. Achtmaß Eisenkraut-Extrakt, Waldschratzahn, Sankorum, Althantra, Brühe von jungen Alraunenschösslingen. Größere Zutaten zerstoßen, kleinere Gans hinzufügen. Alles im Bronzikessel in Kristallwasser gesieden. Täglich zweimal ein halbes Maß der Mischung einnehmen. Empfohlene Dosis nicht überschreiten. Tja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.